Hallo ihr Lieben! Herzlich Willkommen auf Reise mit Dividende! Naja, wo befinden wir uns gerade? Am Terminal in Wien. Wir fliegen nach... Malta! Malta! Und das wird definitiv der letzte Flug für dieses Jahr sein. Und wir haben in genau 4 Tagen Lockdown in Österreich. Ich bin gespannt, wie es wird. Ja, schaut ziemlich tot aus hier. Also für die Verhältnisse ziemlich... Wie ein Geisterflughafen. Ja, na gut, ja. Wir sehen uns spätestens im Flugzeug. Tschüss! Wir sehen uns im Flugzeug. Wir sehen uns! Wir sehen uns! Wir sehen uns! But it's not just you, it's me Cause I was made to be free I am made to be free I am made to be free Well I am made to be free Been thinking about myself and myself only I've been like that since I was a kid I've always put my feet wherever I want to Before I saw who I could be Keep thinking where did I go wrong Jetzt haben wir noch den PCA-Test gemacht Der war positiv Nein Spaß, der war negativ Aber es war schrecklich Dieses Städchen durch die Nase zu bekommen Bis zur Schädeldecke gefühlt War nicht gerade angenehm, muss ich sagen Ja, also ich habe mir das nicht so schlimm erwartet Ich weiß ja nicht, wie sie in Österreich testen Aber auf Malta gehen sie auf jeden Fall bis aufs Ganze Bis aufs Ganze Mir ist so richtig schwindelig geworden Und bis jetzt brummt mein Kopf immer noch Daher holen wir uns jetzt etwas Wasser Bis dann Bye-bye Hier findet man unsere Koffer Juhu, die vorwärtsen Nein, die äckten Super, ja Ja Wasser Aber vorher holen wir noch ein Auto Aber anscheinend kommt erst um Mitternacht wieder Also wir hätten hier einen Hyundai Also eine Reisschüssel Für fünf Tage Seht ihr das? Ja, 89,98 So, das ist unser Mietwagen Ein Hyundai Gemietet bei Herz 87 Euro für fünf Tage Und Ein Rechtssitzer Ich weiß nicht, ob ihr das seht Aber ja, das ist die falsche Tür Riecht nach Zitrone So, wir erlauben uns die Maske jetzt mal bis zum Kinn runterzuziehen Weil in Malta herrscht ja die allgemeine Maskenpflicht Das heißt auch in Freien Was ziemlich krass ist Aber ja, wir sind jetzt mal angekommen Hier in St. Paul's Bay Und ja, im Hintergrund seht ihr wahrscheinlich nicht viel Es ist dunkel Aber wir suchen uns jetzt auf jeden Fall was zu essen Weil wir den ganzen Tag uns gegessen Daher essen wir jetzt mal Wir haben hier ein Kebab-Lokal gefunden Weil der McDonalds und der Pizza, dem ich zu is Aber Kebab, das was mir ist Das enttäuscht ja auch nicht Also Mahlzeit Ja, fertig gegessen Jetzt haben wir alles erledigt So, wir sind jetzt im Hotelzimmer Und jetzt sollen wir einfach nur noch schlafen gehen Damit wir morgen früh aufstehen können Und ein paar schöne Drohnenaufnahmen machen können Und an dieser Stelle schlaft gut Und wir werden jetzt einfach ins Bett fahren Und jetzt Vielen Dank.